Grüß euch, ich bin der Philipp Gangl. Ich bin bei der ASFINAG Grazrawa tätig. Ich bin seit 2011 in dem Betrieb. Aufmerksam bin ich auf diesen Beruf geworden, in dem ich viel unterwegs war auf der Autobahn. Ich bin gelernter Maurer und Schallungsbauer. Das war auch kein einfacher Beruf. Der Beruf bei der ASFINAG ist tägliche Action. Und eine lässige Firma. Wir machen jeden Tag sinnvolle Tätigkeiten und sind für die Straßenverkehrssicherheit da.